Hallo und herzlich willkommen bei den Schreibnümpfen, dem Podcast für Schreibende und allen, die es werden möchten. Ich bin Scarlett. Und ich bin Gabi. Wir gehen gemeinsam auf die Reise, ein Buch zu schreiben. Und ihr kommt mit. Neues Intro. Wir haben heute eine Ankündigung für euch. Und wie ihr ja aus dem Intro vielleicht schon rausgehört habt, wird das sehr interessant in 2020 mit dieser Reise, auf die wir euch mitnehmen wollen. Und wir erzählen auch gleich mehr darüber. Aber vorher wollen wir euch noch einen kleinen Prolog erzählen zu diesem Projekt. Weil Prologe immer so gut ankommen. Genau. Prologe sind super. Jeder Lektor liebt sie. Wir fassen uns kurz. Und zwar geht es dabei um uns oder unser Kennenlernen, wie wir zusammengefunden haben, sage ich jetzt mal. Weil dieses Projekt werden wir ja auch zusammen bestreiten. Und zwar haben Scarlett und ich uns ja über das Schreiben kennengelernt, über RPGs und Fanfiction vor allem. Haben da eine schöne Zeit miteinander verbracht, so in unseren Teenie-Jahren. Und irgendwann um 2006 haben wir leider den Kontakt verloren, wie das eben so ist, wenn man dann Ausbildung, Studium... Gabi, Zeug, Scheiß. Ja, genau. Wenn man ein echtes Leben beginnt. Aber wir haben uns im Januar 2014 wiedergefunden und es war halt irgendwie gleich wieder wie damals, finde ich. Oh Gott, mir kommen gleich die Tränen. Ja, also ich finde, es war wirklich leicht, wieder dazu zurückzufinden zu dem Kontakt. Und ja, also der Kontakt hat uns auf jeden Fall beflügelt, weil wir halt beide festgestellt haben, wir schreiben immer noch oder wir haben zumindest immer noch diesen Traum irgendwie. Und ja, durch diesen täglichen Kontakt haben wir dann irgendwann beschlossen, wir gehen das jetzt an. Und jede von uns hat dann so angefangen, ihre Projekte tatsächlich zu verfolgen. Und wir haben angefangen, Bücher zu veröffentlichen und eben auch diesen Channel hier aufgemacht. Und eine Sache, über die wir seit 2014 immer mal wieder geredet haben, war so der Satz, ja, irgendwann müssen wir mal was zusammenschreiben. Irgendwann. Genau, eines Tages. Und wir haben dieser Sache dann einen Namen gegeben und zwar Hashtag 2020. Ja, damals war das noch richtig, richtig weit weg. Ja, aber wenn man jetzt so auf den Kalender guckt, dann denkt man sich, oh. Opa. Es ist jetzt doch schon fast soweit. Und ja, deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir gehen es an. Wir schreiben gemeinsam ein Buch und wir lassen die ganze Welt zugucken. Oh, geil. Angst. Also ich habe in letzter Zeit und auch schon die Jahre davor öfter mal gesehen, dass Leute sich zum Beispiel unter YouTube-Videos oder so gewünscht haben, dass man Autoren mal so richtig über die Schulter gucken kann. Also wie sie wirklich plotten zum Beispiel. Weil oft wird halt von Plot-Systemen erzählt und dann werden Beispiele gegeben und so. Aber niemand zeigt so richtig von vorne bis hinten, wie er das macht. Das sind natürlich Gründe. Genau, die haben viel Angst von wegen, ja, das wird dann halt gespoilert und so und dann kauft das niemand mehr. Und deswegen wollten wir halt einfach sagen, ja, natürlich wird das Spoiler beinhalten. Aber ich glaube erstens nicht, dass die Autoren unsere Zielgruppe in dem Sinne sein werden. Also natürlich sind alle eingeladen, das Buch zu kaufen, wenn es dann richtig gut ist. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass es unser Ziel ist, unseren YouTube-Zuhörern unser Buch zu verkaufen. Genau. Darum geht es einfach nicht. Genau. Also es geht wirklich darum, einmal von vorne bis hinten zu zeigen, vom ersten Brainstorming bis zur Veröffentlichung, wie das halt bei uns abläuft. Ähm, ja, wirklich Ideen sammeln, Ideen verwerfen. Sachen streichen. Ja. Figuren erschaffen, Worldbuilding, plotten, ja, Rohentwurf natürlich auch. Natürlich nicht jede einzelne Seite. Ich denke, da reicht euch auch, wenn ihr so ein paar Einblicke bekommt in den Rohentwurf. Die Überarbeitung natürlich, was weiß ich, Testleserrückmeldung und alles, was zur Veröffentlichung gehört. Also auch sowas wie Cover, Buchsatz, ähm, alles eben. Ja, und wie Scarlett schon gesagt hat, das ist halt hauptsächlich für Autoren auch gedacht, für Neulingsautoren, die vielleicht noch Mühe haben, rauszufinden, wie man überhaupt an so ein Projekt rangeht. Für Fortgeschrittene ist es sicherlich auch interessant, mal zu schauen, wie andere arbeiten. Und vor allem auch für Leute, die vielleicht selber vorhaben, mal mit jemand anderem zusammenzuschreiben. Denn das werden wir ja tun und ich habe das noch nie gemacht. Und wir werden ja vielleicht auch auf so ein paar Hindernisse stoßen, weil wir sicherlich verschiedene Herangehensweisen an bestimmte Dinge haben und verschiedene Arbeitsprozesse. Und da könnt ihr dann sicher gut aus unseren Fehlern lernen. Wir machen doch keine Fehler! Nein, wir sind natürlich absolut perfekt und auf Anhieb wird das alles super klappen. Also das Buch ist spätestens im März fertig. Ja, also wir wollen jede Woche daran arbeiten, uns zusammensetzen und dann immer alles für euch auf Video festhalten. Vielleicht machen wir auch mal einen Livestream, wo ihr dann in Echtzeit zuschauen könnt. Da müssen wir dann erstmal mal sehen, ob da überhaupt Bedarf besteht. Also gebt uns gerne Rückmeldung, ob euch das interessieren würde. Und ja, wir werden aber nichts vorausplanen. Also wir werden uns wirklich, wenn wir uns die Woche hinsetzen, dann geht nicht jeder schon hier mit seinem eigenen Plot da ran oder so, sondern wir werden wirklich ohne etwas zu wissen reingehen in diese Sache. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist es auch mit den Spoilern so eine Sache, weil mal gucken, wie viel dann von den ersten Planungen noch übrig bleibt, wenn wir ans Ende der Geschichte kommen und wohin sich das entwickelt. Also ich bin gespannt. Und ja, also wirklich mit zugucken auf dem Bildschirm. Also ich schätze mal, wir werden das über Google Docs oder sowas organisieren und da zeige ich euch dann einfach meinen Bildschirm, während wir da dran arbeiten. Und ja, die Organisation des Ganzen, also wie wir uns jetzt verabreden oder wenn man zwischendurch mal einen Gedanken hat, den man sich dann vielleicht per WhatsApp schreibt oder so. Das ist dann eher hinter den Kulissen. Aber wir werden natürlich versuchen, das möglichst klein zu halten, damit da keine großen Sachen passieren außerhalb der Show sozusagen. Und ansonsten gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel auf Instagram mal in einer kurzen Story oder so ein kleines Update geben oder kleinere Vlogs machen. Ja, da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das stört oder ob ihr da Interesse dran habt, dass das auch so ein bisschen auf Instagram stattfindet. Natürlich nicht zu dolle. Ja, dann wollen wir noch kurz erzählen, was wir mitbringen, also wie wir uns da gegenseitig hoffentlich bereiten können bei diesem Projekt. Ja, also ich habe ein paar Vorerfahrungen mit gemeinsamen Projekten. Also ich habe schon an Geschichten, an Comics, an Webseiten, an Spielen gearbeitet mit Partnern. Und das liegt jetzt zwar alles schon eine Weile zurück. Ich bin aber schon optimistisch, weil meine Erfahrungen eigentlich immer waren, dass man sich gegenseitig hochhievt und zu Höchstleistungen beflügelt. Also in den Teams ist dann eher gemeinsames Meckern und gegenseitig aufraffen angesagt. Aber gerade wenn man von der Arbeit seines Partners überzeugt ist, dann habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass man sich gegenseitig drückt oder so, sondern zwar immer ein Hochziehen und gemeinsam wachsen. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Ich würde mich, glaube ich, auch nicht darauf einlassen, mit jemandem zusammen zu schreiben, wo ich denke, dass wir keine gute Konfliktbewältigung zustande bringen. Wir haben nie Konflikte, wir haben keine Konflikte. Wir haben selten Konflikte, aber wir sind auch gut darin, sowas zu lösen, glaube ich. Ja, und ich habe jetzt nicht so viel Projekterfahrung, aber ich bin halt Berufsautorin und ich habe Durchhaltevermögen und ich bin an sich für mich persönlich gut organisiert. Ja, du bist unser Fels in der Brandung. Ja, und ich habe, gut, ich habe ein bisschen Projekterfahrung, weil ich viel Textrollenspiele gespielt habe, was sie im Prinzip auch zusammen schreiben, ist nur halt mit einer anderen Art von Planung. Bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Ja, und vor allem wird es interessant, unsere Arbeitsweisen irgendwie miteinander zu kombinieren, weil wir da, wir haben zwar ein paar Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch einige Unterschiede. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr drauf gespannt und ich denke, wir können einiges auch voneinander lernen, zumindest im Optimalfall. Das hoffe ich. Vielleicht werden wir uns am Ende auch hassen und sind keine Freunde mehr. No! Buch veröffentlicht, Autorenkarriere, auseinandergelebt. Ja. Okay, um das nochmal zu betonen, wir haben nichts vorausgeplant, also außer, dass wir das irgendwann machen wollen. Und wir haben es uns richtig, wir haben es uns verboten. Also wir haben wirklich jedes Mal, wenn einer, ich könnte, nein, das nehme ich für etwas anderes. Genau. Ja, also ihr seid wirklich von der Ideenentwicklung an dabei und jetzt zum Zeitpunkt bin ich mir eigentlich bis jetzt nur darüber sicher, dass das vermutlich Genre Fantasy wird, weil wir halt... Da weißt du mehr als ich. Weil wir halt beide gerne in dem Bereich schreiben und ja, aber keine Ahnung, was das Subgenre sein wird. Es ist alles möglich. Das erfahren wir dann beim ersten Brainstorm. Genau, das erfahren wir dann später. Ja, das ist so im Groben die Ankündigung, die wir machen wollten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall spätestens jetzt diesen Kanal abonnieren und vor allem auch die Glocke drücken und die Benachrichtigungen einschalten, damit ihr für die neuen Folgen immer gleich informiert werdet. Sonst bleibt ihr ja nicht auf dem Laufenden. Und es wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Ich packe das alles in die Infobox, weil dann könnt ihr halt noch näher dran sein. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das weitersagt, euren Schreibfreunden erzählt. Und ja, ich meine, das macht uns natürlich auch ein bisschen mehr Druck. Erzählst nicht zu viel. Genau, erzählst lieber nur so ein paar Leuten und dann geht das schon. Nein, ich glaube, ich kann das Lampenfieber ganz gut ausblenden. Aber mal schauen. Ja, genau. Wir haben einfach schon gesagt, wir schreiben ein Buch und ihr kommt mit. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in den Kommentaren zeigt, dass ihr da dabei seid, die einzelnen Folgen kommentiert und diskutiert und natürlich auch gerne eure Fragen stellt. Also wir sind da auch die ganze Zeit gerne dafür offen, dann auch zwischendurch in den Kommentaren Sachen zu beantworten oder in den Livestreams. Vielleicht machen wir auch mal so Q&A-Streams oder sowas. Je nachdem, wie halt der Andrang ist, sag ich mal. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch noch eine Frage an euch. Also was wollt ihr denn von der Entstehung eines Buches? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Was wolltet ihr schon immer mal sehen? Oder so gab es irgendwie einen Punkt, der irgendwie nie behandelt wird und den ihr einfach gerne mal anlunchen würdet? So, und damit verabschieden wir uns dann auch erstmal für dieses Jahr und wünschen euch auf jeden Fall schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Geschenke und Liebe und Glück und Familie. Genau, alle diese tollen Sachen. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei Hashtag 2020 dabei seid. Ich glaube nicht, dass wir diesen Hashtag bekommen. Nein, vermutlich nicht, aber es ist unser interner Hashtag. Ich denke mir noch einen guten für Instagram aus. Da könnt ihr euch dann beteiligen. Und ja, wir sagen dann bis zum neuen Jahr. Bis bald und Aloha! Bis bald und Aloha! Bis bald! Vielen Dank.